Musik Snake ist wieder da, so wie alle zwei Tage hier im Kanal in Metal Gear 2 Solid Snake. Ich laufe weiter nach Osten. Zwei Soldaten im Weg. Ein Soldat im Weg. Null Soldaten im Weg. Und jede Menge Munition. Das scheint, als könnten wir die gut gebrauchen. Na, ich bin voll bis oben hin. Was ist hier? Ration. Granate. Granade. Granade, Granade. Okay. Laufen wir mal außen rum. Um diesen komischen Sensor. Um den Sensor noch außen rum. Ah! Ich gehe. Tschüss. Ich lege mich doch jetzt nicht mit 20.000 Soldaten an. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Okay, da ist ein Laserzaun. Äh, habe ich gesehen. Ah, eine Schlange. Alter, nein. Die frisst ja meine ganzen... No. Nein. Die frisst nicht meine... Meine Ration. Die hat meine B1-Ration aufgefressen. Und fast alle von meinen... Scheiße, 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 scheiße. Kann ich das vielleicht, wenn ich irgendwas mit dem Ei mache? Bäm! Tschüss. Blödes Mistvieh. Toll, jetzt habe ich nur noch vier Rationen und eine Eule. Geil. Mensch, das hat sich ja gelohnt. Oh, hätte ich diese dummen Eier mal nicht mitgenommen. Aber ich musste ja beide mitnehmen. Wahrscheinlich brauche ich die Eule noch. Und die Schlange war einfach nur nervig. Ich höre Eulen während der Nacht. Das ist so unheimlich. Ich kann nicht schlafen. Weißt du was? Während der Nacht schalten sie den Strom aus, sodass alle Laserzäune auch ausgehen. Dann gehen wir rein zum Spielen, solange uns die Erwachsene nicht erwischen. Okay, also mit der Eule kann ich auf jeden Fall irgendwas anfangen. Sie halten die Tiere in einem Raum nordwestlich von hier. Scheiß Tiere. Mann. Wenn man wüsste, welches der beiden Eier das Gute und welches das Schlechte ist. Ich glaube, ich hole mir jetzt, haben die meine Rationen alle aufgefressen. Oder sie, die Schlange. Dann gehe ich doch nochmal in diesen Truck voller Wachen. Schieße die schnell und schnappe mir die Ration, die da noch lag. Also ein bisschen Schaden steckt man ja immer dann ein, wenn man gegen so viele Wachen kämpft. Aber... Aber es geht immer noch. Also ich habe jetzt hier gerade mal 10% Schaden genommen. Ups. Upsi. Ich habe aber eine ganze Ration gefunden. Also das ist schon ganz gut. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich doch. Ihr seht mich doch. Scheiße. Dann gehe ich wieder zu den Kindern. Da habe ich das Problem nicht. Ja, ist ja gut. Finde ich aber gut, dass in Räumen mit Kindern grundsätzlich immer Friede, Freude, Ehrkuchen ist. So. Wenn also Nacht wird, dann schreien die Eulen. Das heißt, wenn die Eulen schreien, dann ist Nacht. Ich finde das logisch. Das ergibt alles total viel Sinn. So. Könnt ihr jetzt mal irgendeine Wache entsprechend handeln? Und hier die Laserbarriere deaktivieren? Ich muss wahrscheinlich an dem Knopf da oben rechts drehen. Hallo. Wird es denn gehen? Was ist eigentlich hier hinten? Gibt es hier was Schönes? Eine Mauer. Eine Ration. Okay, die Eulen. So, jetzt haben aber alle die blöde Eule gehört. Jetzt könntet ihr bitte mal den scheiß Zaun ausmachen. Komm, Eule. Tu dein eulishes Werk. Na los. Wuhu. Wuhu. Bitte, mach was. Ja, geht doch. Ich weiß nicht genau, man kann das nicht beeinflussen, glaube ich. Also die Eule, die macht halt, was sie will. Juti, dann kann ich mir jetzt hier die Gegend angucken. Das müsste jetzt ja eigentlich das Gefangenenlager sein. Gehe ich mal zuerst hier rein. Vielleicht sollte ich mal die Eule ablegen. Äh, nee, Karten brauche ich. Karten. Und zwar... Eine rote. Braucht ihr auch mal wieder. Ein Kind. Oh, ein Gefangenenlager. Es gibt eine Menge Ratten im Gefängnis. Sie stehlen alles Mögliche und bringen es in ihre Nester. Die Erwachsenen versuchen es sogar mit Schwefesäure, um die Ratten loszuwerden. Aha. Also, es gibt eine Rattenplage hier im Gefängnis. Ja, ist ja gut, komm. Stirb einfach. Was ist hier? Plastik Explosives. Tot. Kann ich mehr tragen? Da konnte ich noch was tragen. Tschüss, tot. Auch gut. Zwei Wachen ausgeschaltet. Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Weiter nach oben. Da muss ich jetzt nacheinander die ganzen Zellen halt abarbeiten. Also gehe ich jetzt auf zur nächsten. Ach, der sieht mich doch jetzt gleich. Na komm. Tot. So einfach geht das. Sowohl in den alten als auch in den neuen Metal Gears gegen die Wand gehauen und alles ist gut. Ich will Schokolade, Mist. Da hast du eine B1-Ration. B1-Ration erhalten Schokolade. Okay. Er, enthalten. Der eineige Mann ist wie ein Vater. Er mag keine Erwachsenen. Okay. Da weiß ich Bescheid. B1-Ration habe ich, glaube ich, eingesammelt, oder? Habe ich sogar zwei Stück. Genau. Einer aus dem Truck und eine von da hinten. Nur die Frage, was ich damit anfangen kann. So, hier ist noch ein Gefängnis. Da muss ich aber außen rum. Jetzt mal hier lang. Ah, scheiße. Ja, ist ja gut. Die Tür geht natürlich mal wieder nicht auf. Doch jetzt. Ah! Ah! Spinnt ja wohl. Mann. Diese Reinigungsfahrzeuge. Schon wieder. Boah, der kommt aber ganz schön schnell. Gut, dann laufe ich jetzt erstmal hier lang. Das wird schon irgendeinen Sinn ergeben. Dass es diesen Gang hier links gibt. Tür. Nein. 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 Und es ist wie immer die letzte Karte, die ich ausprobiere. Und noch eine B1-Ration. Jetzt habe ich aber jede Menge Schokolade. Jetzt gehe ich total ab. Jetzt wird er das totale Schokoladorama. Ich glaube, ich warte jetzt hier nochmal kurz auf den Reinigungsrobo. Und bewege mich dann da nach oben. Ich müsste ja eigentlich in dem Zwischenraum mich da unterstellen können. In dem hier. Genau. Und dann vorbei am Roboter. Ach! Snake läuft wieder hin, wo er will. Und nein, das liegt nicht an meinem ausgeleiteten Gamepad, sondern daran, dass Snake doof ist. Ach! Komm, stopp! Tot. Sehr schön. Blau geht nicht. Gelb geht. Zwei Wachen. Aber ich würde gerne nochmal kurz gucken, ob es hier rechts noch irgendwas gibt. Ne, da ist nichts. Scheinbar geht es hier weiter. Na komm. Man könnte eigentlich auch mal viel mehr mit Minen arbeiten. Fällt mir gerade auf. Na, na, na. Na kommt. Wollen aber auch nicht. Gut, man kann also nicht viel mehr mit Minen arbeiten. Oh nein, hab ich gesehen. Und oh nein, ich brauch eine Gasmaske. Schockschwere Not. Fahrstuhl, Fahrstuhl klingt gut. Ah! Bin auch zu doof zum Fahrstuhl rufen. Da sind wir. Äh, da, ich drück jetzt erstmal auf den Knopf hier. Der näher dran ist. So. Zack. Sterb. 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 Ich hoffe, das hört jetzt bei mir wieder auf, der Alarm. Das nervt ein bisschen. Anruf. Hallo. Ach, mein größter Fan ist wieder da. Snake, sieh dich vor. Du hast Gesellschaft bekommen. Night Fright. Der letzte Überlebende von den Whispers. Du weißt schon, die legendäre Guerrilla-Einheit. Night Fright? Er trägt einen ultramodernen Tarnanzug. Der macht ihn praktisch unsichtbar. Nicht nur dem, sondern auch angreift er dich mit seiner Pistole, die absolut geräuschlos ist. Aha, er greift mich an, meinst du. Noch nie hat jemand auch nur sein Gesicht gesehen. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Was bin ich doch für ein Glückspilz? Ich habe einen Fanclub. Snake ist ein großer Glückspilz. Ich soll meine Ohren benutzen. Okay, also er läuft. Man hört ihn auf jeden Fall. Ich muss mich also entsprechend gut umhören, wo der Typ ist. Vielleicht sollte ich Waffe und Armor nehmen. Okay. Hab dich. Okay, okay, okay. Hab ihn. Ich muss sein Gesicht gar nicht sehen, um ihn umzubringen. Ja, komm, jetzt kann er sich nicht bewegen, oder? Ja, doch, ein bisschen, aber. Na, wer hat den längeren Atem? Das klingt auf jeden Fall schon anders. Oh, der ist tot. Das war ja easy! Hochtaktisch, das Ganze. Und ich kriege eine unsichtbare Schlüsselkarte. Ach, scheiße. Gar nichts. Toll. Awesome. So, hier ist irgendwie nichts. Ich bin schockiert und enttäuscht. Hier hätte man also so ein bisschen hin und her laufen können. Der Boden quietscht. Ach. tot. Was zur Hölle? Wieso bin ich jetzt da in diesem komischen Pfützen gestorben? Oh, ja, gut. Dann besiege ich den Kerl halt nochmal. Ja, ist klar, nee. Hä, wo schießt der denn jetzt? Schieß gefälligst auf mich, du Knödel. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Ach, Mann. Fünfzehn, sechzehn. Okay, wodurch nochmal genau bin ich jetzt gestorben in diesem komischen Pfützen? Ich muss ich eine Ration nehmen. Oh. Aber warum? Warum zur Hölle ist da irgendwas drin? Schwein, Rinn, Thun, Fisch, Schokolade und Cracker? Sauge ich mit den Crackern die Säure auf? Ich dachte jetzt nur, dass ich dann mich dauerhaft heile, während ich da durchlaufe, aber... Keine Ahnung, was das wieder... Nein! Karte sieben und acht geht schon nicht. Karte drei auch nicht. Karte... Wo kriege ich jetzt diese verdammte Karte her? Ah, wo könnten die sein? Was für ein Scheiß? Also ich brauche höchstwahrscheinlich Karte Nummer neun. Es geht ja auf jeden Fall hier weiter. Hier war ja der letzte Endgegner. Und da hinten ist ja linke Punkt. Gut, ich weiß, die Folge ist jetzt wahrscheinlich relativ kurz, aber ich denke mal, wir machen an der Stelle eine kurze Pause für ein, zwei Tage und ich gehe in mich und wenn ich nicht drauf komme, wo es die Karte geben könnte, dann gucke ich einfach nach. Muss ja jetzt auch nicht sein. Aber jetzt gerade spontan fällt mir wirklich nichts ein. Ich denke mal, man wird nicht so weit zurückgehen müssen, also es wird schon irgendwo hier in der Gegend rumliegen. Warte mal, eins probiere ich noch. Wenn ich an rumliegen denke, vielleicht habe ich es doch im hohen Gras übersehen. Ich denke mal, das können wir noch schnell machen. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, wo ich noch gar nicht war. Ansonsten höchstens irgendwie in einem der Lastwagen oder so, wo ich nicht drin war. Ich war, glaube ich, auch in allen drin, oder? Bis auf den einen. Naja, gut. Ich gucke jetzt nochmal in dieses hohe Gras. Da muss man den ganzen scheiß Weg hier zurücklaufen. Und ich wollte schon abmoderieren. Könnt ihr mal sehen, wie nett ich bin. Ich zeige euch noch meine verzweifelte Suche nach dem blöden Schlüssel. Der blöden Schlüsselkarte. Da ist auf jeden Fall nochmal eine Ration. Das Ding wieder. Wally, der kleine Putzer. Wobei, so klein ist der gar nicht. Wally ist irgendwie niedlicher. So. Es braucht, äh, Karte Nummer... Natürlich Karte Nummer 8. Denn es ist natürlich die letzte, die ich nehme. Ich nehme natürlich die Ration hier noch mit. Schokoladenrationen sind die besten Rationen. Das weiß ja jeder. Das ist ja allgemein bekannt. Und ja, ich habe mir tatsächlich gemerkt, dass man hier die blaue Karte brauchte. Ist aber auch noch nicht so lange her. So, die Tür da unten verblieb offen. Das ist nett. Das ist nicht so nett, dass hier ein Typ kommt. So, ich musste jetzt nach oben rechts, ne? So war das dann. Ja, ist gut. Ist ja gut. Hä? Wie ging es jetzt hier nochmal lang? Ach, scheiße. Äh, ich stelle mich aber auch an. Nein! Ich stelle mich ja wirklich an. Ich muss ja hier rauf. Dann muss ich die Terrasse lang. Hier hinten. Nach oben. Nach rechts. Nach oben. Nein! Hier ging es auch nicht weiter. Hä? Was war denn das? Hier hinten lang? Nee. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Klar bin ich bescheuert. Ich musste natürlich hier gar nicht zurück. Kann das sein? Ich habe mich da getäuscht. Ich musste einfach nur da theoretisch nach rechts laufen. Ja. Oder nee? Ist ja Quatsch. Hier geht es ja jetzt weiter. Ich muss ja wieder raus aus der ganzen Anlage hier. Ja, sorry. Bin ich jetzt gerade etwas verwirrt gewesen. Eben bringe ich noch das Argument, ja, das ist gar nicht so lange her, deswegen konnte ich mir merken, welche Schlüsselkarte ich da brauche. Und jetzt stelle ich mich hier so doof an. Ist natürlich inkonsequent. Das war ja da... Ne, da links waren die Kinder, da war es nicht. Da rechts war die eine Ration, da war es auch nicht. Das war hier draußen. Das war ja hinten bei diesem Biolabor. Hier waren die drei Soldaten drinnen. Die eine Ration. Da werde ich nicht auch nur irgendwie versuchen, was mitzumachen mit diesem Lastwagen. Ich will nämlich nicht wieder an den Anfang des Spiels transportiert werden. Hier war auch noch eine Ration. Sehr gut. Granaten kann man immer gebrauchen. Tod. Munition, Munition. What? Kann ich jetzt 1000 Schuss mitnehmen? Krass. Und 600 für die andere. Pistole. Ist ja der Hammer. Das ist schon schick. Genau, das war hier links durch die Tür durch. Gott, hoffe ich, dass das jetzt da irgendwo rumliegt, die Karte. Das würde mich jetzt echt extrem ärgern, wenn die da nirgendwo wäre. Gut, ich habe da unten links in der Ecke, habe ich mich schon umgeguckt. Da war nur eine Granate. Hier war irgendwo Munition, genau. Da gucke ich die anderen Ecken einfach auch nochmal nach. Ja. Danke, Leute. Das war gut versteckt. Nennen wir es einfach mal so. Und zurück. Ach, wisst ihr was? Ich würde sagen, hier im Hohen Gras beende ich die Folge. Und in der nächsten sehen wir uns dann vor Ort an der Tür, die nicht aufging, hinter den komischen Wabbelpfützen, die ich mit einer Schokoladenration bekämpft habe. Vielen Dank, Videospiele, dass man solche Sätze sagen darf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.